Hey Leute! Vieles, was uns noch vor ein paar Jahren als pure Science Fiction erschienen, wird nach und nach umgesetzt. Im heutigen Video möchten wir euch 5 Science Fiction Ideen zeigen, welche allmählich wahr werden. Viel Spaß! Beginnen wir mit dem Hoverboard. Auf einem Skateboard liefert sich Martin McFly eine wilde Verfolgungsjagd durch die Stadt. Doch das Brett hat keine Rollen, sondern gleitet schwerlos durch die Luft. Im zweiten Teil des Science Fiction Klassikers Zurück in die Zukunft aus den 1980er Jahren wird der junge Michael J. Fox per Zeitmaschine in das Jahr 2015 katapultiert, wo ihm das Hoverboard zur Flucht verhilft. Die akkubetriebenen Bretter mit zwei Rädern, die heutzutage unter diesem Namen verkauft werden, haben allerdings wenig mit dem Original zu tun. Gleichwohl gibt es zwei Geräte, die schon viel näher am Vorbild sind. Im Jahr 2015 präsentierten deutsche Forscher gemeinsam mit einem japanischen Autohersteller zu Werbezwecken ein wirklich schwebendes Brett, auf dem ein Skateprofi durch einen Parcours sauste. Innerhalb des Geräts erzeugten Supraleiter ein starkes Magnetfeld. Im Boden eingelassene Magnetschienen sorgten schließlich dafür, dass das Brett durch die magnetische Abstoßung tatsächlich wenige Zentimeter in der Luft schwebte. Noch wesentlich spektakulärer ist das Flyboard des französischen Jetski-Rennfahrers Franky Zapta. Die Füße des Pilotens sind wie auf einem Snowboard befestigt und mittels Triebwerken kann man damit bis zu 140 Stundenkilometer schnell durch die Luft flitzen. Ob die beiden Techniken jemals für ein breiteres Publikum in Frage kommen werden, bleibt jedoch fraglich. Weiter geht es mit dem Tricorder. Kontaktlos scannt der Bordarzt mit einem kleinen Gerät seinen Patienten ab. Ein separater Minicomputer zum Umhängen liefert in Sekundenschnelle die Diagnose. Ein solcher Tricorder aus der Kultserie Raumschiff Enterprise käme wohl einem Quantensprung in der Medizinversorgung gleich. Im Jahr 2011 startete die amerikanische gemeinnützige Stiftung XPRIZE einen Wettbewerb für die Erfindung eines derartigen Apparats a la Star Trek. Den mit 10 Millionen Dollar dotierten Preis sollte ursprünglich erhalten, wer ein mobiles, nicht-invasives Diagnosegerät entwickelt, das Krankheiten besser oder genauso gut diagnostizieren kann wie ein Ärztegremium. Die Kriterien wurden später dahingehend angepasst, dass das Gerät eine bestimmte Menge an gesundheitsrelevanten Parametern und Zuständen erkennen muss. Obgleich keine Erfindung bislang die Bedingungen erfüllen konnte, wurde der Wettbewerb im April 2017 für beendet erklärt und reduzierte Preisgelder wurden an drei der leistungsstärksten Teams vergeben. Den ersten Platz belegte die Firma Final Frontier Medical Devices, die einen tragbaren Apparat entwickelt hatte, der insgesamt 13 Gesundheitszustände diagnostizieren und interpretieren kann, während er gleichzeitig fünf wichtige Körperwerte kontinuierlich überwacht. Ein echter Trikorder ist das zwar noch nicht, aber künftige Geräte werden wohl über kurz oder lang ihrem Vorbild immer ähnlicher werden. Auch die Fähigkeit Urtiere zu klonen scheint schon bald möglich zu sein. Auf einer tropischen Insel im Pazifischen Ozean kommt es zu turbulenten Szenen. Ein wild gewordener Tyrannosaurus Rex hat es auf Menschen abgesehen und zerstört alles, was ihm in den Weg kommt. In dem Film Jurassic Park ist es Wissenschaftlern mit Hilfe modernster Gentechnologie gelungen, diese und andere Urtiere wieder zum Leben zu erwecken. Derzeit versuchen Forscher ähnliches. Mit Arten, die bereits vor 65 Millionen Jahren vor der Erde verschwanden, wird das allerdings nicht gelingen. Das liegt daran, dass man zum Klonen intaktes Erbgut braucht. Beim Magenbrüterfrosch, der seit 1983 ausgestorben ist, war das vorhanden. Im Reagenzglas züchteten Gentechniker Embryonen mittels der konservierten DNA des letzten Exemplars. Die Züchtungen überlebten jedoch nur sehr kurz. Andere Forscher erzeugten mit Erbgut des seit fast 20 Jahren ausgestorbenen Pyrene Steinbocks einen Klon. Doch auch das Steinbock Kitz verstarb gleich nach der Geburt. Offenbar funktioniert die Technik also noch nicht fehlerfrei. Lassen sich die Schwachstellen jedoch eliminieren, wäre es durchaus denkbar, dass künftig auch bereits lange ausgestorbene Arten wieder zum Leben erweckt werden könnten. Denn im Permafrost stößt man immer wieder auf mehrere 1000 oder 10.000 Jahre alte und mumifizierte Eiszeittiere, deren DNA gut erhalten ist. Mittels solcher Funde planen Genetiker beispielsweise das Mammut und den Höhlenlöwen wieder auferstehen zu lassen. Weiter geht es mit künstlichen Organen. Es klingelt an der Tür. Man habe die Raten für das künstliche Organ nicht bezahlt. Der Schuldner wird aufgeschlitzt, das Organ einfach entnommen. In der Science Fiction Dystopie Repoman können sich Menschen neue und lebensverändernde Organe einpflanzen lassen. Für viele ist das jedoch nur auf Pump möglich. Wer jedoch dann nicht bezahlt, bekommt Besuch von einem Repoman, der nicht lange fackelt. Man kann eigentlich nur hoffen, dass dieses Szenario niemals Wirklichkeit werden wird. Von künstlichen Organen sind wir indes nicht mehr so weit entfernt. Anfang August 2019 berichtete das Fachblatt Science beispielsweise über eine funktionierende Herzklappe, Herzkammer und weitere Teile des menschlichen Herzens aus dem 3D-Drucker. Nur wenige Monate zuvor war es Biotechnologen gelungen, mit der Technik weiche Blutgefäße und Luftwege wie in einer Lunge herzustellen. Die Strukturen waren in der Lage Blut mit Sauerstoff anzureichern. Es sieht also tatsächlich danach aus, dass bald künstliche, funktionsfähige Organe gedruckt und anschließend implantiert werden können. Aufgrund des weltweit herrschenden Organmangels wäre dies eine begrüßenswerte Entwicklung. Und zum Schluss kommen wir noch zum Gedankenlesen. Das Gerät, das die beiden Studenten und passionierten Tüftler zu Hause basteln, hat es in sich. Es kann Gedankenlesen. Schnell interessiert sich auch eine skrupellose Regierungsorganisation dafür. Und schon bald geht es um Leben und Tod. Die Technik aus dem Film Listening versuchen Forscher auf verschiedenste Art und Weise zu entwickeln. Von Facebook finanzierte Wissenschaftler entwarfen etwa einen Sprachdecoder, der anhand von Gehirnsignalanalysen versteht, was Menschen sagen oder schreiben möchten. Die Wissenschaftler platzieren dazu eine kleine Elektrode direkt auf dem Gehirn der Freiwilligen, die sich ohnehin eine Hirn-OP unterziehen mussten. Bei den einfachsten Frage-Antwort-Dialogen erreichte das System eine Trefferquote von mehr als 60%. Ein anderes Gerät, welches Alter Ego heißt, kann ebenfalls gedachte Wörter hörbar machen. Es macht sich die Tatsache zunutze, dass unser Gehirn auch dann Signale an die Stimmbänder, den Hals und die Zunge sendet, selbst wenn wir nur stumme Selbstgespräche führen. Darüber hinaus gäbe es etliche weitere Anstrengungen, um aus den Gehirnwellen bestimmte Informationen herauszulesen. Beispielsweise Bewegungsabsichten oder schlicht nur Ja oder Nein. Mit solchen Techniken versucht man zum Beispiel mit vollständig gelähmten Menschen zu kommunizieren. Welche dieser Techniken fandest du besonders interessant? Schreib's uns wie immer gerne in die Kommentare. Das war's auch wieder mit dem heutigen Video, eure Jungs von tägliches Wissen.